In diesem Test schauen wir uns den Sonos One SL mal genauer an. Sonos SL ist ein WLAN-Lautsprecher und ja, bis der es zu mir geschafft hatte, musste ich drei andere Lautsprecher retournieren. Die Gründe, warum der Sonos SL jetzt nicht mehr zurückgeschickt wird zu Amazon, die drei anderen aber schon, erzähle ich euch in diesem Video. Gleich vorneweg, die drei anderen Systeme waren ein Yamaha Musicast System, ein Denon Heo System und ein GGMM, ja, China Kofferradio System. Die Grundproblematik liegt in der App. Die Systeme arbeiten nur teilweise sehr unzuverlässig mit dem, was sie eigentlich bewerben. Sowohl bei Yamaha als auch bei Denon war kein Spulen möglich. Das heißt, wenn man ein Hörbuch oder ein Podcast gehört hat, was ich ziemlich viel höre, hätte ich nicht an die Stelle springen können, ja, an der ich vielleicht am Handy gerade aufgehört habe zu hören. Zudem waren die Apps so ein bisschen fehlerbehaftet und nicht wirklich intuitiv zu bedienen. Das macht der Sonos One SL deutlich besser. Die App-Einrichtung an sich ist schon mal intuitiv und zwar auch die einzige App, bei der ja diese Kopplung mit dem WLAN einwandfrei geklappt hat. Dazu gibt man die Zugangsdaten zu seinem Heim-WLAN ein und diese werden dann mit irgendeiner Magic an das Gerät übertragen. Ich vermute mal über die WiFi-Direktfunktion oder so. Bei den anderen hat das nicht geklappt. Da musste ich mich dann teilweise manuell in das WLAN der Geräte einbuchen, dann die Zugangsdaten zu meinem WLAN eingeben und hoffen, dass das Ganze geklappt hat und wenn nicht, nochmal von vorne anfangen. Also wie gesagt, bei der App-Einrichtung gibt es beim Sonos One SL erstmal nichts zu meckern. Was mir auch gut gefallen hat, was alle anderen quasi nicht konnten, beziehungsweise zwei andere nicht konnten, ist das Spulen. Und das geht beim Sonos sowohl in der eigenen App, da kann ich also problemlos bei den Titeln spulen, als auch wenn ich DLNA und UPnP benutze. Das hat im Test dann nur der GGMM China-Lautsprecher geschafft und von den Markengeräten von Yamaha und Denon war über DLNA und UPnP gar kein Spulen möglich. Die SL-Version hat einen eingebauten Sprachassistent. Bei mir übernimmt diese Funktion Alexa. Ich hätte darauf gerne verzichtet, da gehen wir aber später drauf ein. Trotzdem hat die mir ganz gut gefallen, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass die nicht die ganze Zeit zuhören muss, aber kann. Das ist ziemlich gut gestaltet, wie ich finde, von Sonos. Man hat entweder die Möglichkeit, das Mikrofon immer anzuschalten und dann mit dem typischen Schlagwort wie Alexa das Ding zu aktivieren. Man kann das Mikrofon aber auch immer nur dann anschalten, wenn man wirklich mit Alexa sprechen möchte. Oder noch einfacher, man lässt das Mikrofon einfach aus und drückt einfach lang auf die Mikrofontaste. Nur solange man drückt, ist das Mikrofon aktiv, man gibt seinen Sprachbefehl ein und wenn man loslässt, ist es wieder inaktiv. Da ich das Ding eh nur dafür nutze, um zu sagen, ja, Radio hören oder so, ist das für mich die beste Anwendung, denn damit muss Alexa nicht die ganze Zeit mein Schlafzimmer belauschen. So, kommen wir mal zu den unterstützten Diensten und da glänzt Sonos einfach, kann man nicht anders sagen. Man hat wie so ein Mini-Appstore nochmal in der App und zwar von Diensten, die das Ding halt unterstützt. Das können proprietäre Dienste sein, wie Google Play Music zum Beispiel. Es können aber auch Dienste sein, wie Pocketcast, die sich zum Podcast hören eben empfehlen. Ich kann also die App auf meinem Handy benutzen und mit dem Kopfhörer erstmal meinen Podcast beim Fahrradfahren hören. Komme nach Hause und möchte den weiterhören auf meinem Sonos zum Beispiel an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Und das synchronisiert den Status. Also man hat bei Pocketcast ein Account und das wird dann eben die Stelle, an der man war, wird einfach synchronisiert auf den Sonos. Was mein Highlight an dem Ding war, ist die SMB- bzw. ZIFs-Unterstützung. Wem diese beiden Abkürzungen nicht sagen, das sind einfach Netzwerkfreigaben. Die Netzwerkfreigaben kennt ihr zum Beispiel von eurer Fritzbox oder wenn ihr einen NAS habt, dann habt ihr auch eine Netzwerkfreigabe. Die lassen sich einbinden und werden von der Sonos-App indiziert. Das heißt, man hat seine Musik da zum Beispiel drauf liegen oder seine Hörbücher und die Sonos-App indiziert diese komplette Musikbibliothek und stellt sie dann sehr schön zur Verfügung. Natürlich werden auch DLNA- und UPnP-Quellen unterstützt. Das hat beim Twonky-Server gut funktioniert, bei der Fritzbox wiederum hat es nicht funktioniert. Was nicht weiter dramatisch ist, weil man ja auf die Fritzbox über ZIFs dann entsprechend sowieso zugreifen kann. Es werden natürlich auch Radio-Apps unterstützt wie TuneIn oder Radio.de. Also da fehlt erstmal auch nichts. Ja, kommen wir zum Sound. Da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin kein wirklicher Hi-Fi-Enthusiast oder so. Also mir reicht es, wenn es nicht knackt und der Ton einigermaßen erträglich ist. Mein Hauptanwendungszweck ist auch Podcast hören damit. Von daher ist so ein richtig guter Ton gar nicht so richtig mit dem Fokus bei mir gewesen. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich abends dann Podcasts höre, ist das ganz was anderes, als das mit dem Handy zu hören. Der Ton ist einfach raumfüllend. Die Stimmen klingen sehr natürlich, vor allem wenn man dann qualitativ hochwertige Podcasts hört, zum Beispiel was von den Öffentlich-Rechtlichen, die ja in guten Studios produziert werden. Da hört man schon einen gewaltigen Unterschied und es ist sehr, sehr angenehm, damit Podcasts zu hören. Vor allem, weil das Ding nicht sehr basslastig ist und selbst wenn Bässe kommen, sind die sehr, sehr definiert und wummern nicht so die ganze Zeit. Also ich kann nur Positives zum Tun sagen. Ich kann nur Positives zum Tun sagen. Kommen wir mal ein bisschen zu den Nachteilen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Alexa hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Naja, mir hätten drei Favoriten-Tasten gelangt. So hat es zum Beispiel der Denon gelöst oder auch der Yamaha. Die haben einfach oben die Taste 1, 2, 3 oder ein paar mehr, wo man einfach ein Favorit einspeichern kann, was auf der Taste liegt. Zum Beispiel einen Radiosender, der dann einfach losspielt. Das hat man hier unterlassen und deshalb ist es eigentlich auch angeraten, die Version mit Sprachassistent zu nehmen. Sonst muss ich für jeden Musikgenuss, den ich dort starten möchte, meine App rausfummeln und irgendwas starten. Will ich halt nur Radio hören, wäre das echt praktisch gewesen, einfach auf eine Taste zu drücken und es spielt einfach los. Oder ich lege meinen Lieblingsinterpret auf eine Taste. Wäre ja alles vorstellbar gewesen, dass sowas geht. Das geht leider nicht und deshalb bleibt einem da nur die Steuerung mit einem Sprachassistenten. Mit einem Sprachassistenten bleibt man halt auch in dem Ökosystem des Sprachassistenten. Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, spiele mir mal von der Sonos-Apps in der Presion so ab, den ich in meiner Musikbibliothek gespeichert habe. Das funktioniert nicht. Ich muss halt dann in Amazon Music bleiben. Deshalb hätte ich mich hier über Favoritentasten gefreut. Das ist also ein ganz klarer Nachteil, die fehlen. Auch die App ist an manchen Stellen ganz schön hakelig und unintuitiv. Zum Beispiel gibt es einen Equalizer, den ich ja relativ schnell vielleicht mal umstellen will, abhängig davon, was ich gerade höre. Ob ich gerade einen Podcast mit einer Stimme höre oder vielleicht einen Hip-Hop-Track, der halt ein bisschen basslastiger sein soll. Man kann aber aus der Abspielenansicht halt nicht schnell zu dem EQ springen, sondern muss da wirklich komplett über die Einstellungen hin navigieren, um dann den EQ zu ändern und dann wieder zurück und das jedes Mal, wenn man halt ja was anderes abspielt, wo sich eine andere Einstellung anbieten würde. Es lassen sich da auch keine Voreinstellungen definieren, die man eben schnell abrufen könnte. Ähnlich umständlich ist der Timer gelöst. Ich bin immer wieder überrascht, wie Programmierer auf die Idee kommen, so eine Zeitabstufung hier in diesen Timer reinzubauen, im Viertelstundentakt. Das kenne ich noch von meinem 20 Jahre alten Technik-Receiver. Da hatte ich auf der Fernbedienung so einen Knopf, der hieß Timer oder Sleep-Timer. Und wenn ich da drauf gedrückt habe, konnte ich so in Halbstundenschritten, ja, von 30 auf 60 auf 90 Minuten, die Stereo-Einlage einstellen, damit die sich dann entsprechend nach der eingestellten Zeit abschaltet. Warum ich jetzt das bei einer App auch machen muss, obwohl ich da ja Minuten genau das einstellen könnte mit der Handy-Tastatur, ist mir absolut unbegreiflich. Der Sonos ist ein reinrassiger WLAN-Lautsprecher. Das macht auch die Stärke des Geräts aus, aber ist auch ein bisschen eine Schwäche, denn dadurch hat man irgendwie vergessen, Bluetooth zu integrieren oder wollte das gar nicht integrieren. Das ist ein bisschen schade, denn dann hätte ich zum Beispiel meinen Fernseher einfach damit koppeln können und hätte den auch als Fernseher-Lautsprecher nutzen können. USB geht auch nicht, also man kann keinen USB-Stick mit seinen Musikstücken anschließen. Finde ich persönlich aber gar nicht schlimm, weil den könnte ich ja ersatzweise in die Fritzbox stecken und dann halt über ZIFs oder SMB da drauf zugreifen. Von den vier Lautsprechern, die ich mir jetzt insgesamt bestellt hatte, ist das das rundeste Gesamtpaket. Auch wenn Funktionen wie Bluetooth fehlen, würde ich um nichts in der Welt auf eines der anderen Systeme von Denon oder Yamaha zurückwechseln wollen. Die App von Sonos ist einfach deutlich besser. Es werden viel mehr Dienste unterstützt und man merkt einfach, dass an alles gedacht wurde, auch zum Beispiel an diejenigen, die halt gerne Podcasts hören. Und Podcasts sind ja nicht mehr eine Nische mittlerweile, deshalb tue ich mir schwer, bei der Konkurrenz zu verstehen, dass einfach Podcast-Hörer völlig ignoriert werden. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so Erfahrungen gesammelt habt mit Multiroom-Systemen von verschiedenen Herstellern. Mich würde vor allem interessieren, wie denn das Bose-Ökosystem funktioniert. Ansonsten blende ich euch jetzt noch ein paar weitere Videos ein und ich freue mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. EINEM